Hi, ich möchte euch heute den Shuttle vorstellen. Mein Name ist Lara Wölm und wir freuen uns riesig mit dem Shuttle-Angebot, das Mobilitätsangebot der Stadtwerke Gütersloh zu ergänzen. Aber wie funktioniert das überhaupt? Ihr gebt einfach euren Start und euren Zielpunkt in der App ein und schon bekommt ihr einen Fahrtvorschlag. Nachdem ihr die Fahrt gebucht habt, könnt ihr live verfolgen, wann das Fahrzeug bei euch ist und wo ihr abgeholt werdet. Die durchschnittliche Wartezeit liegt bei circa zehn Minuten und das Beste ist, ihr zahlt nur vier Euro pro Fahrt. Tagsüber unter der Woche fahren die Shuttles in Isselhorst, Affenwede, Friedrichsdorf und Spexart. Ab 19 Uhr sowie das gesamte Wochenende fahren die Shuttle durchs gesamte Stadtgebiet. Na, habt ihr auch mal Lust, das Shuttle-Angebot zu testen? Dann ladet die kostenlose Shuttle holt dich ab App runter und schon kann's losgehen. Und vielleicht sehen wir uns ja bei der nächsten Fahrt.